Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Monaco Deluxe. Ja, wie jeden Montag überraschen wir euch, denn Montag ist Happy Monday. Ja, genau. Wir starten mit jeder Menge Spaß und Freude in die Woche und wieder verlosen wir ein tolles Paket, nämlich heute von der Desider Ophelia Pleimer. Ja, schauen wir hinein. Wir hatten hier etwas ganz Spezielles, nämlich ein Tuch aus dem Stoff von dem Dirndl, was extra für die Barbie dieses Jahr gemacht worden ist, von Ophelia Pleimer. Man sieht hier die Barbie Silhouette und das ist das Besondere an diesem Tuch, was man natürlich nicht kaufen kann, sondern nur hier bei uns beim Monaco Deluxe gewinnen. Ja, wie ihr das bekommt, ganz einfach. Einfach den Kanal hier abonnieren und unten in die Kommentare hineinschreiben, warum ausgerechnet du dieses Tuch gewinnen möchtest. Und schon erfährst du nächste Woche, ob du dieses tolle Paket von Ophelia Pleimer gewinnst. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Glück und viel Erfolg. Wir sind Monaco Deluxe und du kannst uns abonnieren. Sehr schön, dass du eines unserer Videos angeschaut hast, hier auf YouTube. Wenn du uns noch nicht kennst, Monaco Deluxe ist der Kanal auf YouTube, der dir München zeigt. Am roten Teppich, mit den Stars, auf den Special Events, neue Öffnungen oder den Blick hinter den Kulissen. Verpasse keine weitere Folge von deiner Lieblingsstadt. Uhm Wie? Vielen Dank.